Mark Eggers hat nach dem Start von Kaulitz und Kaulitz erstmals öffentlich über die Affäre mit Bill Kaulitz gesprochen. Seit dem Start von Kaulitz und Kaulitz am 25. Juni können sich Netflix-Abonnenten noch einmal aus der Innenperspektive anschauen, was 2023 zwischen Tokio-Hotelfrontmann Bill Kaulitz und Männermodel Mark Eggers lief. Dass die alten Ereignisse nun noch einmal so viel Aufmerksamkeit bekommen, ist aber nicht für alle Beteiligten einfach, denn Mark wird durch die Ausstrahlung abermals mit Hass im Netz konfrontiert. Das bestätigte er nun in einem Q&A auf Instagram. Auf die Frage, kriegst du viel Hate wegen der Netflix-Doku? antwortete er nun in seiner Story mit einem schlichten, ja. Mark Eggers mit homophoben Kommentaren konfrontiert Schon nach dem Oktoberfest im letzten Jahr hatte sich der ehemalige Köln 50667-Darsteller auf dem Social-Media-Portal bei seinen Fans gemeldet und von homophoben Anfeindungen berichtet. Veröffentlichte Screenshots verdeutlichten, wie massiv manche Menschen den Ballermann-Sänger dafür attackierten, dass er sich mit einem Mann eingelassen hatte. Wie traurig, dass auch Bill Kaulitz stimmt, wie ist in Kaulitz und Kaulitz ersichtlich. Er kriegt einfach so viel Hate, ich glaube, er hat nicht so darüber nachgedacht. Ich habe so ein dickes Fell, mich trifft sowas gar nicht. Aber ich glaube, für ihn ist das schon nicht so geil, ordnet der Sänger die Geschehnisse in einer Folge des Reality-Formats ein. Die Attacken im Netz scheinen auch einer der Gründe gewesen zu sein, warum am Ende nichts aus Bill und Mark wurde. Ich habe eine Nachricht bekommen von Mark, die mich ein bisschen traurig gemacht hat, so Bill Kaulitz in der Doku, nachdem er auf die Frage, ob sein Schwarm Weihnachten mit ihm verbringen wolle, einen Korb bekommen hat. Punkt. Er war wohl nicht so excited wie ich, so Bill traurig. Im Interview mit unserer Redaktion hat der Tokio Hotel-Star mittlerweile verraten, dass die beiden mittlerweile keinen Kontakt mehr haben. Zwischen Bill Kaulitz und Mark Eggers ist es aus. Zu Kaulitz und Kaulitz hat Mark Eggers zunächst geschwiegen. Im Podcast Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast hat er nun aber doch Bezug darauf genommen. Die Frage, ob die beiden heut zu Tage ein paar seien, wollte er zwar nicht beantworten, ließ daraufhin jedoch Folgendes verlauten. Da haben die Leute nicht so einen Mehrwert von. Falls man sich den Kuss zwischen ihm und Bill Kaulitz nochmal angucken wolle, könne man dies auf Netflix tun. Da gibt es, glaube ich, eine sehr interessante Doku und damit ist auch alles gesagt, so Eggers. Bill Kaulitz scheint Verständnis für seinen einstigen Schwarm zu haben. Mark ist einfach ein lieber Typ, hört man ihn in Kaulitz und Kaulitz sagen. Und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist.